Die Harting Technologie Group ist seit über sechs Jahrzehnten der Spezialist für Connectivity zur Übertragung von Data Signal Power. Wir haben den Harting Normstecker entwickelt, der heute Backbone ist für viele Industrieanwendungen. Aber darüber hinaus machen wir heute Cloud-Lösungen, wir machen Connectivity-Lösungen zur Verbindung von Maschinen und Anlagen, bringen Cloud an die Maschine. Wir sorgen für Internet, Gigabit-fähig und auf der Hanova-Messe finden Sie viele, viele Lösungen, die Digitalisierungsprojekte IIoT für unsere Kunden möglich machen.